RTV. Nachgewachsen. Das ist ne Perücke. Sind das Gesetz. Ihr Weg über die Wahrheit. Die Beweise sind eindeutig. Zur gerechten Strafe. Das erfolgreichste Ermittlerteam im deutschen Fernsehen. Im Namen des Gesetzes. Die neuen Folgen. Ab 12. Februar 21.15 Uhr. Eingeschlossen im Tunnel. Auf der Suche nach einem Ausweg. Ich fliehe in die Anbrechen Sie uns hier raus. Silvester Stallone. Daylight. Am 17. Februar bei RTL.